Ein mächtiges Werkzeug ist der Formeleditor in Pocket Code. In diesem Video zeige ich euch, was es für Möglichkeiten gibt. Schauen wir uns dieses Programm an. Es besteht aus einem blauen Hintergrund und einem Objekt. Unser Objekt ist ein Vogel und wir wollen, dass dieser Vogel auf dem Bildschirm herumfliegt. Die Bewegung können wir mit einer Schleife sowie mit Gleiten-Bausteinen programmieren. Mit dieser Methode bewegt sich der Vogel allerdings immer gleich, einmal nach links, einmal nach rechts. Wäre es nicht schöner, wenn er sich immer anders bewegen würde, einmal nach oben, einmal nach rechts, dann wieder nach links. Ein zufälliges Verhalten wäre perfekt. Auch das ist möglich im Pocket Code. Wir tippen auf den Wert x, um zum Formeleditor zu kommen. Im Formeleditor können wir neben Zahlen auch ganze Rechnungen eingeben. Außerdem haben wir schon gesehen, dass wir auch Sensoren als Werte nehmen können. Was auch möglich ist, sind mathematische Funktionen. Wenn wir auf Funktionen tippen, sehen wir welche Möglichkeiten es gibt. Wie du siehst, gibt es einige Funktionen. Eine der wichtigsten ist für uns die Funktion Zufall. Wenn wir auf sie tippen, wird sie ausgewählt. In der Zufallsfunktion gibt es zwei Werte. Der erste Wert ist dabei der minimale Wert und der zweite der maximale. Immer wenn diese Funktion aufgerufen wird, wird ein Wert zwischen dem definierten Minimum und Maximum ausgegeben. Dieser Wert wird vom Pocket Code komplett zufällig generiert. Beim ersten Mal kann er zum Beispiel minus 250 sein, dann 200, dann 100 und so weiter. Probieren wir die Zufallsfunktion auch für den Wert y einzusetzen. Hier nehmen wir als Grenzen minus 700 und 700. Das heißt, es treten zufällige Werte zwischen minus 700 und 700 auf. Schauen wir uns unser Programm einmal an. Siehe da, unser Vogel bewegt sich nun verschieden am Bildschirm herum. Immer wenn der Baustein ausgeführt wird, wird aufgrund der Zufallsfunktion ein anderer Wert ausgeführt. Wir können auch noch die Geschwindigkeit der Bewegung zufällig machen. Hier tippen wir auf den Wert vor Sekunde und im Formeleditor wählen wir wieder die Zufallsfunktion aus. Als Grenze setzen wir hier 0,5 und 3 Sekunden. Wenn wir das Programm starten, sehen wir, dass sich der Vogel nun unterschiedlich schnell bewegt. Einmal gleitet er zum Beispiel in einer Sekunde zu einer bestimmten Position, ein anderes Mal dauert das Gleiten vielleicht 3 Sekunden. Wir sehen also, dass wir mit der Zufallsfunktion ein interessantes Verhalten programmieren können. Schön! Hier